Tag 3 der CONTROL bringt Schwung mit sich. Die CONTROL ist die herausragende Plattform für alle Themen rund um die Qualitätssicherung. Im Jahr 2022 feiern wir den erfolgreichen Restart, gewohnt auf Weltleitmesse-Niveau. CONTROL Show ist ein fantastisches Event für MetroLogic. Wir haben viele Jahre an CONTROL gezeigt. Es ist ein tolles Event für neue Technologien. Software solutions von MetroLogic sind in der 3D-industriellen Welt, in Automotive und Aerospace. Und viele Kunden sind uns weltweit, nicht nur für unsere Funktionen, sondern auch für die integrierte und die Erhöhne gemacht haben. Overall, ein fantastisches Event für vier Tage. Es ist ein tolles Event für Robotics, CMM, Laser-Scanning und Point Cloud Analyse. Wir freuen uns, dass die CONTROL dieses Jahr wieder in alter Größe stattfinden kann. Auch wenn ein wenig weniger Aussteller da sind. Unsere Beobachtung ist zu unserer Überraschung, dass wir fast genauso viele Besucher haben wie vor der Krise. Die Branchen haben sich ein bisschen verschoben. Es ist etwas weniger Automobil. Es ist etwas mehr Medizintechnik und noch andere. Und für uns ist das eine sehr wichtige Plattform, um direkt in kurzer Zeit mit Kunden und Interessenten gemeinsame zukünftige Projekte zu besprechen. Das ist online oder schriftlich kaum in der Qualität zu tun. Und aus der Sicht halten wir die größte Qualitätssicherungsmesse der Welt für unsere wichtigste Marketingveranstaltung im Jahr. Der Fraunhofer Geschäftsbereich Vision zeigt auf der CONTROL 2022 eine Lösungsvielfalt zur Schlüsseltechnologie maschinelles Lernen in der Bildbearbeitung. Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier am Stand von Fraunhofer auf der 34. CONTROL. Wir sind natürlich wie alle anderen Aussteller mächtig froh, dass wir uns wieder in Präsenz hier dem Fachpublikum präsentieren dürfen. Neueste Entwicklungen, zukunftsweisen und Technologien hier persönlich vorführen zu dürfen. Die CONTROL ist für uns die Plattform, auf der wir uns gerne alljährlich hier präsentieren. Am Stand finden Sie zwölf Fraunhofer-Institute, die allesamt Innovationen präsentieren aus dem Bereich industrieller Bildverarbeitung, optisches Messen und Prüfen. Also wenn Sie so wollen, Lösungen für maschinelles Sehen. Das ist unser gemeinsames, verbindendes Thema hier am Stand. Für Fraunhofer aktuell die 21. Ausstellerbeteiligung bei der CONTROL. Und ähnlich lange wird auch die Zusammenarbeit mit unserem Kooperationspartner, mit dem Messeunternehmen Schall, mit dem wir so partnerschaftlich zusammenarbeiten. Kooperationspartner. Für Fraunhofer-Stand zu einem Untertitel. Gerard. Für Fraunhofer-Stand zu einem vor Ort.